Der Bahnhof, klar, ich habe den nicht schlecht gefunden. Klar, dass ich da jetzt was abgerissen habe, das hat natürlich die Gemüter schon ein bisschen. Und da am 1. Oktober morgens am 0.02. da beim Fälle, da hätte man vielleicht zwei Tage noch warten können. Nein, ich weiß es nicht. Wie alt ist Ihre Tochter? Meine Tochter ist 14. Da frage ich mich, was tut Ihre 14-jährige Tochter tagsüber im Park? Ist ja schulpflichtig eigentlich mit 14. Aber Sie wissen doch, was sie da getan hat. Ich halte von einer Partei, die jetzt... Wenn erwachsene Leute ihre kleinen Kinder... Was heißt da Ihre kleine Kinder? Wenn eins acht Jahre alt ist, dann ist es für mich ein kleines Kind. Ich will Ihnen mal was sagen. Wenn der das schnappt und sagt, ihr setzt uns da vor vor die Polizei. Ich hab bis zum... Halt mal da ein Gausch! Halt mal da ein Gausch! Seid Sie glücklich! Seid Sie glücklich! Halt mal da ein Gausch! 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 Halt mal da ein Gausch!